Ja, im Showgeschäft, ja im Showgeschäft, sind wir vier hier gut bekannt. Doch wir fallen aus dem Rahmen, denn es wird von unseren Namen nur der Vorname genannt. Man sagt ganz einfach, Toni, ja, und jeder weiß Bescheid. Beim Autogramm zahlt es sich aus, denn man spart sehr viel Zeit. Und wer den Namen Wolfgang hört, kennt mich bitte sehr. Nur wenn man im Adressbuch sucht, tut man sich meist schwer. Ja, im Showgeschäft, ja im Showgeschäft, sind wir vier hier gut bekannt. Doch wir fallen aus dem Rahmen, denn es wird von unseren Namen nur der Vorname. Vorname genannt. Larissa, nun so heiße ich, ich habe festgestellt. Wir 17 Karten kosten nicht, betrug das halbe Geld. Ganz einfach nur, Vittorio, sagt zu mir jeder Mann. Und von den Damen hört sich das gleich sehr vertraulich an. Ja, im Showgeschäft, ja im Showgeschäft, sind wir vier hier gut bekannt. Doch wir fallen aus dem Rahmen, denn es wird von unseren Namen nur der Vorname genannt. Man sieht der Vorname genügt, den Künstlerpass, Artur. Man ist mit seinem Publikum, symbolisch steht für du. Und dass das weiterhin so glatt, das wünschen sich, na klar. Larissa und Vittorio, Wolfgang und Tonia. Ja, im Showgeschäft, ja im Showgeschäft, sind wir vier hier gut bekannt. Doch wir fallen aus dem Rahmen, denn es wird von unseren Namen nur der Vorname genannt. Ja, im Showgeschäft, ja im Showgeschäft, sind wir vier hier gut bekannt. Doch wir fallen aus dem Rahmen, denn es wird von unseren Namen nur der Vorname genannt. Ja, im Showgeschäft, ja im Showgeschäft, sind wir vier hier gut bekannt.